Hallo, mein Name ist Camilla und ich komme aus England. Heute werden wir weiter über Bindewörter lernen. Also, Link Words, Part 2. I hope you're excited. Die Kategorien sind Cause, also Grund oder Ursache, Reference, Bezugnahme, Opinion, Meinung, Acknowledgement, Zugeständnis, Contrast, Gegensatz, and Conclusion, Schlussfolgerung. Also, fangen wir bei Cause, Grund an. As, since, because. The novel was so successful because of its fantastical narrative. 4. She loved him. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten 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 auf www.sofatutor.com